Musik Dieses Plissé, mit dem habe ich eigentlich damals wieder neu angefangen, nachdem ich auf die Schnauze gefallen bin, auf gut Deutsch, nachdem diese amerikanischen Kunden nicht bezahlt haben, habe ich gedacht, um Gottes willen, jetzt muss ich irgendwie ja weitermachen. Nachdem damals Hans Bachmeier für Frisches besorgt hatte durch den Verkauf des Bildes, habe ich dann gesagt, also was mache ich jetzt und dann bin ich auf dieses Plissé gekommen, weil es halt eine einmalige Sache ist, die man einzeln zuschneidet und die nicht in Lagen, das kann nicht in Lagen produziert werden, man muss es einzeln zuschneiden, man muss alles einzeln nähen. Und ich meine, Issey Miyake hat ja einen wunderschönen Stil da vorgelebt und hat das ja sehr schön gemacht, das ist ja sehr viel abstrakter wie meins. Meins ist schon sehr weiblich und sehr auf den Punkt. Das Material ist eben einfach toll, weil es wahnsinnig viel Freiheit für die Form zulässt und man da eigentlich sehr kreativ mit sein kann. Früher bei Fortuny wurde das ja aus Seide gemacht, konnte man natürlich dann nie waschen und damit ist der Zauber dann weg und das sage ich auch immer den Verfechtern von Naturmaterialien, alles gut und schön, aber das hält wenigstens. Kann man waschen aufhängen, tschüss wieder und es ist wieder wunderbar in Ordnung. Ich finde, man muss sich schon irgendwie auch öffnen modernen Materialien gegenüber. Da bin ich sowieso ein starker Fan von, deshalb habe ich mich auf dem amerikanischen Markt, hatte ich auch immer etwas Schwierigkeiten, weil ich eben Mikrofaser sehr schätze, auch für Anzüge, weil ich das einfach einmalig finde, weil es kann es in den Koffer knüllen, dich draufsetzen und gut ist. Das Material erlaubt einen unheimlichen Freiraum und man kann sich in sehr schöne ausgefallene Dimensionen damit rumretten. Hier ist zum Beispiel ein ganz schlichtes Kleid drunter und drüber dann dieser Rock mit dem Schal nochmal und so einen einzelnen Schal, also mit diesem Kleid kann man so wahnsinnig viel verschiedene Akzente setzen und hat wunderbare Geschichten gleich so um sich rum. Also es ist eigentlich unheimlich reizvoll, was man damit alles machen kann. 2 Vielen Dank.